Willkommen zurück zu einer neuen Dschungel geölten Folge. Predator Hunting Grounds mit einem Mann, der immer ein wenig Dschungelöl um die Penisspitze gekämmt hat, kreist. Äh, ich hab mir heute mein Dschungelöl, aber hinten, ganz bis hinten an die Zwiebel hab ich. Wusstest du, dass Zwiebeln ein offizieller Teil ist? Ja, ich weiß, ja. Und das war's mit der Werbung. Hallo, YouTube. Warte, ich hab noch ein gutes Werbungswort. Und zwar bei Katzen und Hunden und so, da wo die Route quasi anfängt. Und das heißt Schwanzwurzel. Ja, schön. Schön. Ja, wie soll man's aber auch sonst nennen, oder? Ich mein, wie willst du's sonst nennen? Klar ist, dass du Schwanzwurzel. Schwanzwurzel. Aber ich find, das ist auch so ein schönes Wort eigentlich, ne? Hast du dich auch ein bisschen beschlammdudelt? Nee. Weil ohne Schlammdudel geht ja gar nicht, ne? Also mittlerweile muss man geschlammdudelt haben, um den Predator zu jagen. Schwanzwurzel hab ich mich ein bisschen... Aber hoffentlich quer. Hoffentlich quer Schwanzwurzeln. Hier ist Salz. Ist das nur für EP, oder ist das genau? Salz ist Erfahrungspunkte, aber auch die Credits, mit denen du Kisten kaufen kannst und Waffen und den ganzen Shit. Ah, okay. Wo bist du eigentlich? Irgendwo weit weg vom Schuss. Wo seid ihr? Ja, ich bin hier mit Zay und Rilas. Und er sagt, hier sammeln. Ah, ich bin irgendwie hier so im Fischerdorf. Weil ich lauf immer durchs Fischerdorf, weil da kriegst du halt noch so ein bisschen Geld. Okay, Leute. Jetzt sind wir komplett alle voneinander getrennt. Schön. Jetzt sind wir alle... Wenn jetzt Freddy kommt, dann... Warte, ich lauf schon zu euch hin. Ich bin schon unterwegs. Ich seh dich da hinten schon im Dschungel. Ja, ich lauf zu Zay. Ich lauf zum Missionsziel. Treffpunkt Missionsziel. Der andere rennt eh irgendwo anders lang. Ich hab keine Ahnung. Wir werden halt ein bisschen Schwanzwurzeln. Schwarzwanzwurzeln. Die Schwanzwurzeln, da mach ich mir jeden Tag einen Sud. Das ist eine Delikatesse. Ja, ja, das essen viele. Sud. Ist auch so ein Wort, ne? Sud, ja, ja. Wenn einer sagt, ja, ich hab mir eine Erkältung. Mach dir doch eine Zwiebelsud. Bist du bescheuert? Was ist so... Was soll ich mir machen? Sud? Was willst du jetzt hier? Ja, das klingt nicht, als würde ich davon genesen in kürzester Zeit. Das klingt eher so wie... Ah, da ist er direkt vor mir. Was? Ich hab ne Lanze. Er ist ultra... Okay, das war's. Er hat... Aber man kann die Lanze mit V parieren. Minigun. Nein. Bist du tot? Ja. Shit. Da hinten rennt er. Der hat nur noch 10%. Oh, jag den. Jag den. Da stand bei mir gerade Gesundheit 10%. Ich hab ihn vollgegeben mit der Minigun. Alter, was ist das für ein High-Level-Predator? Der ist weg. Nee. Wenn der Sniper ihn jetzt kriegen würde, das wär geil. Alter, da unten explodiert noch irgendwas. Nee, der ist weg. Alter, was war das eben gerade für ein High-Level-Predator? Ich mein, die Lanze, das ist, glaub ich, Level 60 oder sowas. Ach, guck mal, der Sniper hat jetzt so ein Ding auf den Boden gesetzt für thermale Ablenkung. Dass der Predator denkt, ihr seid da, weißt du? Ey, geil. Ein Dummy. Das ist cool. Hat er aus einem Kondom und einer Perücke und einem Besenstiel ein Dummy gemacht. Hat er sich einen eigenen, äh, wie ist er noch? MacGyver gebaut. Einen kleinen MacGyver. Ich hab euch etwas hinterher gemacht. MacGyver-Nugget. Boah, Alter, das ging jetzt schnell. Aber das hab ich auch direkt gefinisht. Ja, aber du kannst auch direkt, glaub ich, wiederkommen, wenn wir Glück haben. Da ist die ganze Zeit V aufgeblinkt. Das hatte ich früher noch nicht. Wie ist das jetzt nach dem Patch erst? Boah, 300 Meter. 300 Meter, um dich zu retten. Ja, gut, mach erstmal. Nee, anscheinend kann man jetzt wirklich gegen die Kompolanze ankommen, weil die ist ja auch super stark. Kompolanze, ey, das ist schon auch wieder so ein Wort. Der Kompostick. Der Komposchwanzel. Das ist ein bayerischer Wrestler. Es gab nicht genug Zeit, um den Alarm anzuschalten. Der Schwänzler kennst du nicht? Fred, Fred, das Schwanzel. MacGuffin. Der Schwänzler. Den gibt's doch auch hier. Ja, der singt aber nicht egal, sondern egal, ist eine andere Geschichte. Anal. Du hattest mich beim ersten Mal. Du starrst mir einfach hinten ihn rein. Anal. Im Sommercamp, das war fein. So, jetzt aber, Freunde. Ich muss jetzt sagen, ich gebe euch ganz ehrlich zu, ich bin ja jemand, ich will dauernd hier diese Wendler-Sendung sehen. Ich will die unbedingt sehen. Also nicht, ich hab... Ich hab... Wow, 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 da rennt er rum. Er ist direkt vor dir. Äh, was? Wie schnell ist er? Ich komm nicht mit. Er ist zugefasst. Er geht ins Gebäude. Er ist gleich draußen. Komm zu mir. Draußen vor der Tür. Wo ist er? Ich weiß es nicht Ich hab keine Muni mehr Alter, das kann doch nicht sein Alter, der ist voll robust Das gibt es doch nicht Ey, was ist mit dem? Der lebt noch Der hält sau viel aus Guck mal, ich treff den und treff den, aber das juckt ihn null Wow, Alter Okay, ich kann nur eins machen Ich kann nur in den Dschungel rennen und Munition holen Ne, nicht Munition, sondern euch holen Ich hab gar keine Munition mehr Nice Ich kann nicht auf die Waffe wechseln Das ist ätzendlich Ich kann nicht auf die Waffe wechseln Alter, ist doch irgendjemand am Leben oder bin ich der Letzte? Ne, sei es auch noch irgendwo am Leben Okay, ich renne jetzt runter und hol dich Scheiße, ich brauch Munition erst mal Warte Der wechselt auf die Minigun Ey, ich kann nicht looten Was ist das für ein Verstärkung ist es unterwegs? Hetz-Scheiß Moment Verstärkung ist es unterwegs Ah, der hat es gemacht Okay, gut Ihr kommt gleich wieder Und so lange versuche ich zu überleben Weil der wird mich gleich holen Wow, 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 wow Okay Ich hör knistern Oh, wow, wir leben Da hängt ein Schwein rum Alter, die KI ist gerade hier hinter mir hier Die jagt mich durch den verdammten Jungle Okay Kommt zu mir Wir schlammen Wir schlammen noch Ah, guck, es ist noch nichts verloren, ey Ich glaub, der kommt jetzt zu mir Ey, diese Minigun, die verbuggt hier irgendwie alles Ich kann nicht mal mehr Munition looten Ich hör den Jetzt geht's Ich hör den So, ich hab Munition erst mal wieder eingesetzt Was ist denn das? Was macht der denn hier? Plündert irgendwie die Leichen Er fleddert Da wurde gefleddert Okay, wir müssen die Festplatten bergen Ey, aber jetzt teilen sich schon wieder alle auf Da oben, da oben Da Wo, wo, wo? Hier An dem Baumwahrer Kommt hoch, kommt hoch Wir müssen auch die Zeit im Auge behalten Kreis, komm zu mir Ich bin unterwegs, aber ich komm hier nirgends so hoch Boah, Alter Okay, Alter, das ist eine Stressrunde Warte, ich lad mal alles durch Oh, da sind wir wieder Das haben wir wieder Schön beisammen Ja, aber der kommt gleich Ja, klar kommt der Okay, gib mir eine Minute, meine Gun durchzuladen Alles klar Was ist das hier für ein Gas? Was für ein Gas? Hier Ich bin da eben raus, mir wird ganz schwummerig Siehst du das nicht? Hier ist Predator Gas Ja, stimmt Hier ist Gas irgendwie Was ist das für ein Gas? Keine Ahnung Da unten Hier Bei mir Bei mir Helft mir Wir sind hier alle weit weg Oh, nein Ich bin down Ihr schlitzt mich auf Oh, ich bin weg Ja, aber man kann das irgendwie parieren Er hat 52% Alter, kommt schon Haut ihn weg Ich seh nichts mehr Da Er geht down Kreis bitte Renn Und erzählt meiner Frau Dass ich sie nie geliebt habe Oh Gott Die fette Alte soll zur Hölle fahren Oh Gott, ich hab ihn gelegt, oder? Ich weiß es nicht Flee Zählt das als Kill? Ich hab dem aber auch Ja, zählt das als Kill Ich hab ihn auch eben gut noch mit der Minigun erwischt Er wollte, glaube ich, ein bisschen zu viel, der kleine Pring Boah, aber der war auch robust Der war aber auch robust Der tut Aber die Schrotflinte, die enttäuscht nie, Junge Das Ekelhafte ist bei der Minigun Wenn du in beiden Waffen keine Muni hast Dann wechselt der auf die Sekundärwaffe Und das ist ja die Minigun Und durch die bin ich aber super langsam Und kann nicht richtig Sachen auswählen Die Minigun ist halt einfach geil, um Druck zu machen Naja, klar Wenn's dir da einmal um die Ohren hagelt Boah, das war ein echt krasser Predator Der war stabil Der Mann Levelaufstieg Kriegskoil hab ich bekommen Ey, guck Null Kills Ich bin der Einzige, der überlebt hat Krass Krass Der da oben hat einfach mal 7000 Points Der war ein Berserker Berserker ist heftig Berserker ist richtig heftig Ich muss mir mal erstmal irgendwann die Anleitung angucken Für dieses Entschärfungsspiel Weil, ne Ich hätte ihn wieder entschärfen können Weil ich stand direkt daneben halt Na, erstmal noch eine Kiste aufmachen schnell Oh, ne So was hab ich nicht Ich hab Bei diesem Anpassen Ding Das ist auf einmal 49 Ich hab Design Raptor bekommen Ja gut Hellbraun hab ich Ja Wie heute Morgen Da war auch etwas hellbraun Heute Morgen war meine Stimmung auch hellbraun Jetzt auf einmal Kommt Kreis auf die Idee Irgendwelche Predator Artefakte zu bergen Ich weiß noch nicht warum Vater Akta hab ich gesagt Vater Akte Wo ist Vater Akte? Wo ist Vater Akta? Vater Akta? Vater Akta? Guck mal, mein Hut Ich hab mal einen Schlapphut Was hast du dafür wieder ausgeben müssen? Oh, einiges an Salz Los, los, los Weißt du, da war wieder so ein Grindsalz-Stream Der geheime Nee, ich hab keine geheimen Streams Du machst immer geheime Streams Keiner kennt Kreis 2, oder? Kennt ja schon den Kanal Kreis 2 Der geht's richtig ab Auf Twitch Glaubst du, wir haben wieder so einen Ultra-Asozialen Predator-Mann? Ich weiß nicht Käufer und Verkäufer Wollen sich an den folgenden Koordinaten treffen Ich schmier mir hier so ein bisschen Bauschlamm Um die Lippe Jetzt halt Nach so ein paar Wochen Ich tade mich Jetzt sind halt richtig geile Typen Nach einer Woche so Jetzt Haben sich die Leute auch ein bisschen mehr eingespielt Wie gesagt, das war Für mich am Anfang auch super schwer Ne So, jetzt hab ich ein, zweimal Tutorial wenigstens gemacht Und jetzt verstehe ich so ein bisschen den Sinn hinter diesem Wesen Wie man es spielt Oh, das ist so viel Salz Leute, super viel Salz Sammelt aber nie jemand ein, ne Die Leute wollen nie das Salz Die Leute wollen nie das Salz Ich bin so ein Salzfreund Ich mach erstmal hier Alarmanlagen kaputt Achtung, da kommt ein Alarman Umgeschrubbt Ich höre einen Predator Da kommt ein Alman Wo? Da kommt ein Alman Wo hast du den gesehen? Warum sind wir nur zu dritt wieder? Ich weiß nicht Keine Ahnung Keine Ahnung Mit dem Predator Arm drücken spielen Aber hier müssen wir gar nicht hin Wir müssen weiter Jungs Wir müssen weiter Aber er ist hier Er ist hier Er ist hier Haben wir auch schon gehört Bin zugequacklet Hier sind doch Blätter runtergefallen irgendwo Ich glaube, er will mich Ich glaube, er will mich Ja, er schießt auf mich Wo bist du? Grün, orange? Welcher bist du? Ich bin orange Okay Er hat irgendwo auf mich geschossen Er ist über uns Dreck gewesen Hier sind gerade Blätter runtergefallen Aus dem Baum Hab ich gesehen Oh Der schießt Da, 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 da Er ist direkt vor mir Was war das hier für ein aggressiver Super-Dutz Wo ist er hin? Da Da, da oben Er schießt mit einer Schrotflinte 200 Meter In den Wald Er fliegt in den Jungle Er springt Er ist irgendwie so ein bisschen froggy Froggy, froggy Ich glaube, er will ein Duell, ne? Ich glaube auch, dass er ein Duell will Hier Es ist unsichtbar Na super Alter Was hat er hier für eine Super-Strahlen-Kanone Wo hängt er rum? Er ist nach rechts gesprungen irgendwo Hier irgendwo lang Hier Hey, ich hab eben genau auf ihn drauf geschossen Und hab ihn auf den Auf dem Haus Ja, ich weiß Ich hab eben gerade ins Gesicht bekommen Er hat mir ins Gesicht gespooked Er ist noch hier auf dem Baum Hier Alter, der macht hier voll den Terror Schieß ihm die Äste weg Schieß ihm die Äste weg Er hat keine Energie mehr Keine Energie mehr Hier im Baum Er springt rechts rüber Er rennt hinter den Container Ja, hinter den Container Er will sich wieder tarnen, der Lümmel Aber lass ihn nicht lümmeln Okay, wir müssen die Mission machen Action Now Action Now Ich muss mich erst mal spritzen Ich hab schon wieder schlackern gehört Irgendwo Naja, er schlackert auch hier oben Hier ist auch ein Spritzer im Baum Da ist so ein Schlackerspreckel Ah, der hat schon ordentlich kassiert Der hat schon ordentlich kassiert Er hat sich gerade geheilt Hat sich irgendwo zurückgezogen Und hat sich irgendwie Den Lungus hinten reingeschoben Ja, aber so seit dem Patch spielt es sich dann doch schon so ein bisschen knackiger Auch, finde ich Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Leute sich halt eingespielt haben Ach, das ist ein Böser Eui Ich dachte eben, das ist wie irgend so ein Dude Wurde so ein bisschen gerangelt und geträngelt Er will Alarm, ey Ist die Alarmanlage schon supportiert? Was suchen wir genau nochmal? Ähm Relikte Transportkisten Ist er hier? Weil wir sind jetzt ja nur weniger Also einer weniger Der eine ist gelieft, hä? Hier sind Relikte drin Ja, ich höre ihn auch Ich höre ihn Manga Gold Das gute Manga Gold Ich höre ihn knistern Er ist auf jeden Fall ganz close Okay, wir haben zwei Relikte Hier, er ist geschossen Hier Ja, er stammt Ich höre ihn Da oben Wo ist er? Wo ist er? Gegenüber He's shooting it aus Ich hasse nur Energy, man Er springt Er springt Er macht einen so auf Terror Alter, aber wie er da noch einen mitgibt Er schwächt mich ganz schön Such nach Relikten Da drüben Ich hab den Boah Ich hab den Ich muss mich heilen Ich muss mich heilen Ja, der hat auch gut kassiert Scheiße, tut das weh Okay, wir sind unter 10 Minuten Wir müssen weitermachen Jungs Ja, ja Ich hab schon 3, 4 Kisten zerschossen hier Ja, aber auch Plündern Musst du reingucken Ich lebe mal mit Hier So Habt ihr euch alle geheilt Hier drüben ist Heilungkreis Läng da mal rein Mit dem Finger Er ist down Nehm dir mal ein bisschen Heilung Du bist halb tot Die Akte des Hauptmanns Wo ist die Akte des Hauptmanns? Da hinten Ich bin die Akte holen Alles klar Der Typ war wohl der Händler Dem Notizherstel Der Wendler? Wow, wow, der Wendler Der Wendler Der Wendler Der ist markiert Er kommt runter Er steht da immer noch Er will laser Ja, ich hab ihn auch gut angehittet Aber ich brauch Muni Muss Muni droppen Da ist er, da ist er Irgendwo da runtergehüpft Nein, ich muss mir erst ein bisschen Munition rein Semmeln Ich hör ihn hier laufen Irgendwo Er läuft hier irgendwo rum Er hat sich enttarnt Er hat sich enttarnt Vor uns Vor uns Oh, ich bin los Schieß Wo ist er? Keine Ahnung Er hat mich Er hat mich Er macht Psychotricks Ich schieße mit Schrot Aber ich kann nichts machen Munition bei alle Er kann nicht mehr viel haben Nein Oh, kacke Ey, was? Nee, nee, nee Hab ich ihn? Nein Er hat eine Blend geworfen Doch Bidet aus der Gefäng Lauf weg Lauf Warte, die krieg ich noch Ich kann selbst aufstehen Klappe, wir haben keine Zeit zu fluchen Ich weiß nicht Doch, doch, doch Ich weiß nicht Renn mir nach Renn mir nach Renn mir nach Im Dschungel Ja Spring Die Bro-Boys Machen coolen Zeitlupe-Sprung Oh, Alter Was für eine heftige Runde Na, jetzt wird es wieder richtig heftig Jetzt wird Predator wieder richtig heftig Ja, also Ich weiß nicht Ob es halt am Patch liegt Oder Aber es ist auf jeden Fall ganz geil Jetzt Es wird strammer Als am Anfang Es wird strammer Ich habe ein bisschen Tidehole gehabt Ich wurde von hinten Sehr tight geholed Ja, aber du siehst Du siehst auch, ne Dass es dann als Predator Auch nicht gut ist Zu gierig zu werden, ne Hätte er jetzt in einem Vielleicht gefinisht Wäre nochmal abgehauen Dann wären wir nur noch zu zweit gewesen Ne, so Ja, ja, ja Wie, ich habe keinen Kill Für den Predator What? Ja, ich habe auch gerade keinen bekommen Irgendwie Ich glaube, wenn er explodiert Kriegst du nicht mehr Kill Keinen Kill mehr Komisch Keine Ahnung Vielleicht hätte ich noch Umschrubben müssen Weißt du? Kann man den noch umschrubben? Ja, ja, der lebt ja noch Der lebt ja Eigentlich lebt er noch Er zündet dann nur die Bombe Ja, okay Vielleicht hätte ich ihm da nochmal Ordentlich einen mitgeben müssen Man weiß es nicht Gut Wir sehen uns wieder In der nächsten Folge Predator Hunting Grounds Lass eine Bewertung da Bis zum nächsten Mal Und Tschüss Wiedersehen Bis zum nächsten Mal